gut gemacht kleiner das war toll klang ja moment worüber reden wir ich war kurz abwiesend aktiviere bewegung scan was nehmen wir denn mal nur einfach mal die hier sagt er irgendwas wenn er auf seine eigenen leute schießt ich habe sogar eine vorführung der neuesten modelle des doktors arrangiert hat leider nichts gesagt nicht an diesem fließband wurde ich erschaffen ich empfinde viele widersprüchliche gefühle die wir müssen weg finden bevor wir uns hier weg teleportieren erst mal gucken wir wieder mal karten skog city ist glaube ich hier oder soll das hier sein wo wir sieben duplikate wollen wir jetzt machen ja ist ja ja machen wir jetzt fertig und haben holo karten erhöht sich um fünf prozent das ist cool das hätte ich mal vorher gebrauchen können irgendwie aber okay der ist schon flankiert ich glaube das muss ich aufschießen muss ich das aufschießen da haben wir noch so ein Teil wo bringt das sind einfach nur rüber glaube ich aha na los zack weg damit oh nur holo karten sind das eine weitere reader und hier wo ist er da hat groovitron ja noch eine reader hier die hier noch drei reader karten ey dann können wir endlich die reader holen da freue ich mich schon drauf nimm dich hier in acht nein schnell durch oh mein gott da sind zukunft wo ich meine zukunft nicht toll keine sorge es machen viele andere überraschungen man kann ja bestimmt nicht rein oder wäre auch irgendwie komisch ja irgendwie schon ja wartet das kommt bestimmt auch was oder ne gut warum man noch mehr holo karten so kann familie wir haben auch cool im herausforderungsmodus freigeschalten ich habe den zwar gerade mal auf stufe 2 aber ist ja egal da nehmen wir doch unseren aggressor so dann gibt es mal wieder ein kleines rätselchen der kann ausbleiben oder so geht das alles nicht so geht das wieso geht das so nicht muss der vielleicht aus sein kann auch nicht sein glaube ich oder irgendwas irgendwas muss ja noch irgendwas irgendwas muss ja noch nicht den so habe das geht so nicht so wartet so das ging ja auch mal mir ist gerade was aufgefallen weil irgendwie muss ich da ja noch hinkommen wo klank eben war ich dachte ich kann da jetzt hin aber ich kann da ja gar nicht rein na ja wir gehen mal kurz nach oben es ist hier so riesig und unübersichtlich auf jeden fall ach ja ich habe alles voll warum mache ich das wo bist du wenn ich sie halt sehen würde na keine ahnung wo sie gerade ist aber das sieht gut aus hier muss ich rein so ist wieder was für dich und da kann ich nicht rein schon gefunden schon gefunden beruhigen sie sich verdammt wenn ich jetzt hier richtig denn oder ach guck mal wo ich hier bin das ist hier ganz am anfang das ist ganz 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 am anfang das ist hier dieser ort ist das cool kommen wir aber nicht weiter wir besiegen erstmal anscheinend alle von denen ich stehe hier unter schweren beschuss kann euch also leider nicht helfen also ähm viel glück die machen sich wahrscheinlich mit schilligen aber naja da muss ich hin komm her ok ok ihr könnt euch alle entspannen jetzt bin ich ja hier hiermit bedanke ich mich fürs schauen des rettenden klang parts ich hoffe euch hat der gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann und ciao